Hier haben wir gerade durchgeschaut. Hier könnten wir uns wieder ein neues nehmen. Ach, das quasi baut sich das dann um uns herum auf und das, was wir hier vor uns haben, ist dann quasi diese Steuereinheit. Oh, das ist echt cool. Aber auf sowas muss man erstmal kommen, ne? Das ist ja... Wahnsinn. Da würden wir ja auch direkt mal von Aliens entführt werden. Nur um so ein Ding zu fliegen. Was steht hier? Was? Die wollen von ihrem Planeten oder von der Sonne aus irgendwas zur Erde schicken, die Erde rot machen und dann was von der Erde wegnehmen und zurückbringen. Vielleicht ist damit die Entführung der Menschen gemeint. Quasi die Proteine, die sie wollen. Aber das werden wir bestimmt noch genauer herausfinden. Können wir schleichen? Der hat uns noch nicht entdeckt. Boah, was ist denn hier auch schon wieder? Oh, jetzt hat er uns aber... Aber wir ihn auch. Oh mein Gott! Oh mein Gott, den hab ich nicht gesehen! Den hab ich nicht gesehen! Der hat mich jetzt minimal erschrocken. Okay, da geht's nicht weiter. Hätten wir so oder so angreifen müssen. Ein bisschen Heilung hier. Danke. Einmal schön angehaucht. Von einer Alienpflanze oder was auch immer das sein soll. Aber so richtig schön ins Gesicht gerüsselt. Okay, gerüsselt. Und weiter geht's. Es wird langsam aber anders, finde ich. So, das Terrain, den wir uns bewegen, verändert sich. Können wir hier wieder ein Portal aktivieren? Jo. Die bewegen sich also auch primär durch Portale vorwärts. Da bin ich wieder zu sehen. Und das riesige Monster. Game saved. Okay, Speicherpunkt. Kann der Vogel malen? Der Adler? Nein, gerade noch nicht. Okay. Ups. Ich hau heute auch schon wieder die ganze Zeit irgendwie gegen den Monitor. Das tut mir vollartig. Ich hoffe, das hört man nicht. Da sieht man, wie wir gegen dieses... Den Goliath, diese Kreatur gekämpft haben. Und da hab ich immer die Hand abgeschnitten mit dieser Laserwand. Mit der Barrikade. Krass, die beobachten uns also rund um die Uhr. Mit allen Schritten. Vielleicht beobachten sie uns sogar gerade. Könnte sein, dass uns irgendwelche Kameradrohnen folgen oder sonst irgendwas. Dann nehmen wir uns erstmal wieder einen Shuttle. So. Und fliegen hier raus. Okay. Okay, nach oben geht's weiter. Ah, wir sind jetzt quasi hier in diesem Schacht, den wir gerade gesehen haben. Ich verstehe. Es geht auch unten weiter. Hier könnte man auch landen. Aber es geht auch nach oben. Nee, es geht vielleicht doch nicht nach oben. Oder doch? Es geht nach oben. Okay, ich geh wieder nach unten. Ich will dann doch erstmal schauen, was hier unten versteckt ist. Exit. So. Oder waren wir hier schon? Nee, hier ist zugesperrt. Okay. Das heißt, wir haben keine andere Wahl als nach oben. Epische Kampfmusik. Ja. Können wir die überraschen? Oder sind die gar nicht feindlich? Ich denke mal, dass die feindlich sind. Ich schieße jetzt einfach. Ja, sie sind feindlich. Okay. Okay, das habe ich. Komm schon. Das hier ist eine Art gerichteter Traktor-Strahlbereich, in dem alles in die eine Richtung gelenkt wird. Und nach unten in dieses Zerlegungsgerät. Oh mein Gott, was ist denn das? Was ist denn das? Es schaut nicht gesund aus, wenn man da durchfliegt. Warte mal. Okay. Es deaktiviert sich aber auch. Ich versuche mal unten durchzukommen jetzt. Los. Oh mein Gott. Okay. Das eine habe ich geschafft. Oh nein, warte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ich habe es. Knappe Geschichte. Knappe Geschichte. Okay. Jetzt geht es hier nach draußen. Oh mein Gott. Wir sehen das erste Mal das Äußerte der Station, in der wir uns befinden. Die Erde. Äh, der Mond? Oh mein Gott. Dieses komische Gewachs, Gewüchs, oder was auch immer das hier ist. Die Mutter vielleicht. Ist die ganze Station. Oh, da vorne dreht sich wieder was. Da ist gerade ein Asteroid angeschlagen. Okay. Ich stehe mal durch, bevor es das wieder wegdreht. Nein. Oh. Okay. Dann fliege ich mal kurz zurück. Aus Interesse, was da kommt. Where do you think you are going? Ähm. Bin ich hier lang? Oder nicht? Ist das die Mutter, die mit uns kommuniziert? Die sogenannte Mutter? Okay, hier geht es schon mal nicht weiter. Gut zu wissen. Wir können uns ja ganz entspannt alles anschauen. Hier irgendwelche Dämpfe, die aus grünen Zymphen aufsteigen. Aber die Erde, ey wie krass. Die haben also alle Menschen in den äußeren Raum der Erde gebracht, um sich hier zu töten und das ganze Protein-Zeug zu sammeln. Da vorne ist schon wieder so ein Vieh. Nicht mehr lang. Nicht mehr lang! Kein Problem. Für Chen würde ich alles tun. Da ist gerade... Da schlagen die ganze Zeit Asteroiden ein. Läuft gerade nicht so gut für die Aliens, so wie es ausschaut. Ah, oh mein Gott, okay. Boah, wie verrückt ist denn das bitte? Oh mein Gott. Oh! Ich habe ihn zerstückelt. Einfach so. Okay, wir müssen noch weiter nach unten. Wir können ihn auch mit Traktorstrahl greifen. Na, was machst du jetzt? Jetzt bist du nicht mehr so groß, oder? Na? Viel Spaß da unten. Oh mein Gott. Es geht noch weiter runter. Wir müssen das dann bestimmt gleich wieder alles nach oben laufen. Ich sehe es schon. Oh man. Oh nein. Das lasse ich nicht mit mir machen. Komm schon. Oh nein. Die Integrität ist ein bisschen down. Nein, 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 nein. Schnell Neues, schnell Neues. Wir müssen weiterkämpfen. Okay, den haben wir. Und jetzt holen wir uns den nach unten. Oh, das war aber echt nicht geplant, aber hat gut funktioniert tatsächlich. Hat ihn überrascht. Ja. Wir haben keine Chance. Können wir das hier runterschieben? Das halte ich von euch. So. Jetzt müssen wir hier wahrscheinlich einen Weg finden, auf diese Plattform zu kommen. Um wieder nach oben zu laufen. Oh mein Gott. Es ist absolut verzweigt. Hier. Kommen wir von unten nach oben. Also müssen wir noch tiefer, oder wie? Können wir hier noch tiefer nach unten? Ich schaue mal nochmal kurz mit dem Speeder hier, mit dem Exoskelett. So. Einmal nach unten gehen wir da. Okay, schaut aber nicht so aus. Es wird hier noch viel kommen. Ne, hier geht es auch nicht weiter. Aber was ein Riesenlevel das doch ist. Wahnsinn. Was ist denn das hier? Hier ist irgendein Lüftungsschacht auch schon wieder. Hierüber komme ich nicht. Ne, da hält uns die Wand auf. Okay, das heißt, uns bleiben gerade nur die... Oh Gott, nicht runterfallen. Wir bleiben uns gerade nur die Türen. Okay, mal kurz schauen, was auf der anderen Seite noch auf uns warten würde. Was ist mit diesen Würfeln? Oh, wir können doch... Jetzt warte mal. Wir können doch mit diesem Gerät... Können wir safe so einen Würfel nehmen? Wir haben ja diesen Traktorstrahl. So. Und wo tun wir den jetzt hin? Wir können ja mal schauen hier hinten. Können wir da den Fleischwürfel reinwerfen. Was passiert dann? Warte. Ja. Effektiv gar nichts. Okay. Aber wir können es kaputt machen. Das sind irgendwelche Körperteile und sonstige Dinge drin. Die nicht sehr appetitlich sind. Hier geht es noch nach unten. Okay. Und da wird uns wahrscheinlich auch gleich das Partei rausschmeißen. Als sie. Okay. Also einmal wieder landen. Das hier mal weiterschauen. Ich bin gerade absolut baff einfach von dem, was uns hier entgegengesetzt wird. Ich meine mit einem Alien in einem Raumschiff rumfliegen. Wer hätte das erwarten können? Hier ist eine gute Luftzirkulation in dem Raum. Okay. Immer aus Interesse. Was ist auf der anderen Seite für ein Teleporter? Wofür der hin? Auch nach unten. Wo kann ich hier leachen? Ah da. Oh. Okay. Sehr cool. Nur nochmal zur Sicherheit. Das ist auf der anderen Seite wirklich hundertprozentig das gleiche gewesen. Ich will hier nichts verpassen. Nee, eben nicht. Eben nicht. Okay. Das führt in den kleinen Schützenturm hier oben, in dem das Alien positioniert war. Und das hier führt nach unten. Und wir können gleich wieder nach oben laufen. Deswegen gehe ich lieber mal schnell hier hin. Hier laufen irgendwelche Signale durch. Irgendwelche Sinuswellen. Äh. Adler? Ja, gerade will er nicht. Übersetzen ist gerade heute nicht. So, nochmal hier ein bisschen Munition sammeln. Das lassen wir denen nicht. Gratis Munition nehmen wir immer mit. So, nochmal hier durch. Okay. Oh nein. Oh, nimm das. Lass dir schmecken. Eine Aliengranate. Nicht wahr. Er hat mich weggesniped. Er hat mich einfach weggesniped. Absolut gnadenlos. Okay. Desto mehr Rote man sammelt, desto mehr Gesundheit kriegt man. Und desto mehr Blaue, desto mehr Seelenpower kriegt man. Jetzt habe ich das mal endlich verstanden. Ist auch schon ein bisschen traurig, dass es so lange gedauert hat. Aber gut. Das heißt, man kann so ein bisschen steuern, was man dann am Ende... Ach nee, falsche Tür. Falscher Teleporter. Was man am Ende für Stats hat, wenn man hier wieder rauskommt. Also, lebensmäßig. Okay. Jetzt sind wir hier oben. Eine Waffe. Und hier können wir... Force Field Active. Oh. Oh. Okay. Ich bin nochmal wieder weg. Jetzt holen wir uns mal ganz schnell wieder so ein Gerät hier. Oh nein. Oh mein Gott. Die teilen ja mal richtig aus. Und ich bin gleich tot. Oh. Komm schon. Okay. Die wollen es auf jeden Fall wissen. Aber das können sie gerne. Ich werde mal ganz schnell nochmal aufladen. Das Teil ist fast kaputt. So. Exoskill hat das wieder cool. Power ist okay. Dann gehen wir mal schnell hier rüber. Wer will jemanden auf uns schießen? Nicht mit mir? Oh. Oh. Hallo. Hups. Das ist jetzt aber doof. Das ist jetzt aber doof, wie dich jemand hier rum geschleudert hat. Was können wir mit diesen Fleischsackwürfeln machen? Ups. Ich meine, kaputt machen können wir sie ja auch. Dann ist halt nur nichts drin irgendwie. Hm. Na ja, ich lande mal wieder. Können wir schon noch raus. Was ist denn da los? Hallo. Hier geht es an Sensor. Boah, mein Herz. Was ist denn da los? Ich habe den Herzschlag des Todes. Okay, wo geht es jetzt hier lang? Wiederum in ein paar Teilen. Ich interessiere aber mal ganz kurz, was uns hier unten noch so erwarten würde. Anscheinend kommt man nochmal zurück. Ansonsten wird hier wohl kaum so ein Portal-Teil stehen. Hier sind wieder ein paar Monitore. Wieder das mit dem extrahieren irgendwas von der Erde. Und hier diese Wellen. Okay. Egal was es ist, das da wächst. Es wächst um die gesamte Station. Und die Alien stört das nicht. Zumindest scheint es so. Okay.